Tja, da gibt es ein Video von GrunTV, habe ich die schlechteste Community, Kuchen Talks. Er hat ja schon vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr so ein Video gemacht, wo er seine Community komplett weggedisst hat. Ich hoffe, macht er jetzt nochmal und er macht sich nochmal schön unbeliebt. Das wäre auf jeden Fall die beste Situation, sage ich mal, und dann läuft das. Der Community, ich habe vor ungefähr 8 Monaten ein Video hochgeladen mit dem Titel Ich habe die schlechteste Community. Das Video ging ganze 35 Minuten und inhaltlich war das so viel wie Ihr seid, Emento! Das Video ist rückblickend natürlich nicht gerade das klügste Werk, was ich jemals hochgeladen habe. Und deswegen möchte ich dieses Video hier nutzen, um euch mal zu erklären, warum ich das damals überhaupt gemacht habe und was ich damit überhaupt aussagen wollte. Die erste Frage ist natürlich, wieso hat er... Er wollte eigentlich sagen, dass seine Community halt einfach wirklich scheiße ist. Aber was willst du dazu sagen? Seine Community ist halt Dreck. Nee, Spaß. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon mal vorab, Ich finde seine Community jetzt schon viel, viel besser und angenehmer als davor. Zum einen, muss man sagen, es sind reflektiertere Kommentare am Start und zum anderen, die supporten Tim auch viel, viel mehr. Also seitdem das Video am Start war und seitdem Tim sozusagen sein Content oder auch seine Videos so ein bisschen umgestellt hat, auch vor der Kamera, muss man halt sagen, sind die Leute echt gechillter drauf und entspannter drauf. Die feiern ihn halt mehr und gehen auch auf die anderen Kanäle. Der Qundv Uncut-Kanal läuft extrem gut und die Bewertungen sind halt an sich viel, viel krasser bei Tim gestiegen. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ganz auf, was ich grüß dich. Das kenne ich. Das kenne ich irgendwoher. Also ich glaube, das war ein Problem, glaube ich, bei jedem Meinungsblogger. Die haben alle verkackt, außer Chasnero. Der ist zu der Zeit dann übel durch die Decke gegangen. Aber ich sage mal so, die Meinungsblogger an sich, die sind so ein bisschen abgestürzt. Das ist halt die ganz wilde Geschichte. Guckt euch mal den Content an, den ich damals gemacht habe. Also ist klar, dass mich da noch keiner abonnieren möchte. Das Problem besteht bereits seit 2014. Fünf Jahre lang hat man es nicht geschafft, irgendeine wenigstens zwischenzeitliche Lösung für dieses Problem zu finden. Also ganz ehrlich, anschaut mir so ein... ... auch selber. Ey, meine Videos, die kommen momentan so krass an. Man muss sich jetzt bloß mal mein letztes Video angucken. Also momentan geht auch ein Video nach dem anderen deutlich besser ab. Das Video, also es hat nach vier Stunden fast 3000 Aufrufe. Ist krass, ist krass, wirklich. Fast 500 Likes und gerade mal nur 9 Dislikes. 2800 Aufrufe. Das ist heftig. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Die Kommentare sind jetzt besser. Es macht alles viel mehr Spaß. Und ich glaube, so der Stil ist halt wirklich nice. Das hätte ich damals niemals bekommen. Damals mit meinen Gameplay-Videos im Hintergrund hätte ich das niemals bekommen. Das ist klar. Und EdCraft, schön, dass ihr da seid. Das muss man jetzt mal sagen. Also dieser Wechsel, vor die Kamera zu treten und die Videos halt auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, ist halt hundertmal sinnvoller. Der Stimme. Wow, dass das Video keine Millionen Klicks hat, kann ich mir wirklich gar nicht erklären. Das Problem zu dieser Zeit war halt einfach, dass ich generell mega unzufrieden mit meinem Schnitt war. Ich meine, visuell sahen meine Videos ja noch nie gut aus. Aber zu dem Zeitpunkt sahen die einfach komplett beschissen aus. Ich meine, du hattest halt diesen Audio-Visualizer mit dem Hintergrund und dann sind mal ein paar Bilder oder Videos eingeflogen und das war's. Digga, das sieht unnormal kacke aus. Ja, ist halt wirklich, also das ist ja gerade das, was wir angesprochen haben. Aber jetzt halt sich mit der Zeit aus und Videos sind halt einfach mega auf je, also AceGaxi, ich muss auch sagen, ich hab in letzter Zeit oder sag mal so die letzten Monate hab ich fast gar nicht mehr in die Kommentare gern geschaut, weil da nur Scheiße drin stand. Jetzt, wo ich wieder mehr Motivation, mehr Lust für die Videos hab, auch mehr Zeit hab, ne, durch diese ganze Corona-Sache, hab ich halt die Zeit, noch heftiger Videos zu machen, sozusagen und mehr Recherche reinzustecken und da bekommst du auch viel geilere Kommentare, so viel positiveres Feedback. Wie gesagt, die Bewertungen sind krasser und dann hast du auch mehr Motivation und momentan läuft's für mich echt gut. Meine Streams werden auch öfter jetzt mittlerweile geschaut, wo ich mich mega drüber freue, ne, weil das momentan so mein Hauptbestandteil ist, in der Internetpräsenz sozusagen und ja, also das freut mich halt riesig. Ohne Scheiß, das ist toll, das ist wirklich ganz toll und da bedanke ich mich erneut. Auch das mit den anderen Kanäle pushen hat sich zumindest minimal verbessert. Wenn ich zum Beispiel im Video sage, jo, abonniert mal den und den, dann gehen da zumindest ein paar Leute rüber, ein paar mehr als vorher auf jeden Fall. Das ist natürlich noch ausbaufähig, meine Freunde. Da will ich aber nächstes Mal plus tausend Abos sehen. Ein weiterer Kritikpunkt war ja dann zum Beispiel auch noch von mir, dass die Leute einfach nicht mal... Übrigens, muss ich auch zustimmen, Tim hat ja, glaube ich, diesen Valente, ne, das war dieser Modetyp da, der das Video gemacht hat zu Peso, zu Justin und da hat Tim gesagt, ja, mach die 5.000 Abos voll. Ich glaube, ihr hattet dann auch die 5.000 Abos voll gehabt. Ob es jetzt an Tim nur lag... ...meine Partnerprogramme nutzen. Und ja, das finde ich als YouTuber natürlich schade, weil mir grundsätzlich erstmal tausende Euros irgendwo verloren gehen. Aber ganz ehrlich, das kann man doch auch niemandem vorwerfen. Für mich als YouTuber ist es natürlich irgendwo klar zu sagen, ja, nütz doch mal meinen Amazon-Link. Aber ganz ehrlich, als normale Person, die hier einfach nur Videos schaut, da denkt man doch meistens halt einfach gar nicht dran. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, ne. Das muss man einfach sagen, das habe ich vorhin gesagt. Das ist eigentlich dumm. Du wirst unterstützt von Leuten, die halt wirklich auf diesen Link drauf gehen. So, ich denke nie dran, auf einen Link drauf zu gehen. Ich könnte ja selber über meinen eigenen Link drauf gehen, mir was bestellen, da bekomme ich noch ein bisschen Provisionen. Eigentlich bin ich los, ne. Also, wenn ich das über einen anderen Account mache. Aber habe ich bisher noch nie gemacht. Also, warum mache ich diese Maschen nicht? Warum unterstütze ich mich nicht einfach selbst? Ich bin einfach nur ein Spass, so. Man sollte mich löschen. So, das ist sinnlos. Ich kann euch hier allerdings das Ganze nur noch mal ganz kurz erklären. Wenn ich Sachen bei Amazon verlinkt, dann könnt ihr zum Beispiel diesen Link einfach als Lesezeichen speichern. Wenn ihr dann auf diesen Amazon-Link klickt, dann könnt ihr irgendwas kaufen. Es muss nicht das sein, was verlinkt ist. Dann kriege ich halt trotzdem eine Provision. Aber ihr zahlt halt nicht mehr. Im Endeffekt ist das quasi eine kostenlose Möglichkeit, mich zu unterstützen, wenn ihr halt irgendwelche Dinge kauft. Könnt ihr bei mir übrigens auch machen. Hat, glaube ich, aber noch niemand gemacht. Also, es gab mal einen Monat, da haben sich Menschen irgendwas gekauft über meinen Link. Das wären so drei, vier Euro gewesen im Monat. Ich sage mal so, davon wirst du, glaube ich, nicht reich. Und ich glaube, das zahlen die dir auch nicht aus. Die zahlen dir das erst aus ab 25 Euro im Monat. Aber das macht halt niemand bei mir. Also, ohne Scheiß. Also, diese Rafflings haben bei mir noch nie funktioniert. Außer bei Epic Games. Das wurde mir einmal ausgezahlt. Und die Auszahlung erfolgt erst ab 100 Dollar. Und ich habe es geschafft, im Monat das hinzubekommen. Also, danke dafür. Das hätte ich niemals gedacht. Und das, obwohl ich nie wirklich Fortnite gezockt habe. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Leute meine Links nutzen. Gar keine Frage. Ich meine, ich verdiene ja auch mein Geld dadurch. Aber ich finde, man kann es den Leuten auch nicht vorwerfen, wenn die das halt nicht machen. Der einzige Kritikpunkt, den ich halt heute noch genauso sehe, ist halt die Tatsache, dass man sich noch auf andere Formate einlassen sollte. Wenn ich hier beispielsweise mal neue Dinge hochlade, dann weiß ja einfach keiner, ob einem das gefallen könnte oder nicht. Und dann guckt man doch automatisch mal rein. Also, mache ich zumindest bei jedem YouTuber, den ich abonniert habe. Das ist so das Einzige, was ich immer noch unterschreiben würde. Und vielleicht kommen ja auch bald ein paar neue Formate. Dann können wir ja mal gucken, ob sich das vielleicht auch einfach schon automatisch gebessert hat. Ja, ich bin auch so einer. Ich gucke zum Beispiel bei neuen Formaten auch immer rein. Also, wenn ich jetzt bei Tim sehe, ja, der macht hier das und das Format, dann will ich mich erst mal davon überzeugen lassen, ob das gut ist oder ob das scheiße ist. Und wenn es mir halt nicht gefällt, dann lasse ich es halt. Aber ich finde auch, man sollte einfach, wenn man schon jemanden abonniert hat, einfach mal sich drauf einlassen. Ich meine, ich habe zum Beispiel Tim abonniert wegen seiner Person, weil mich die Meinung interessiert. Und wenn er da jetzt irgendwelche anderen Formate bringt, wo er vielleicht auch seine Meinung irgendwo mit einbringt, dann schaue ich das halt. Dann gucke ich dort auf jeden Fall mal rein. So, ich habe heute auch ein Video gemacht. Es geht um den Kommentar. Und ich will da jetzt einfach mal gucken, wie das generell ankommt. Und ich muss halt sagen, so wie gesagt, so mein letztes Video ist gut angekommen. So im Verhältnis zu den damaligen Videos, wo ich halt übel reingeschissen habe. Jetzt schon nach fünf Stunden, 3000 Aufruf ist richtig gut. Wie gesagt, Bewertungen sind top. Und dann werde ich das vielleicht öfter bringen, dass wir jetzt sozusagen den dümmsten Kommentar nochmal schön auseinandernehmen. Könnte auch ein Format sein, was sich etablieren wird. Und wäre an sich eine nice Sache. Also da würde ich mich definitiv freuen. Weil so Formate, das ist eine wilde Sache.